So, jetzt wurden wir gerade alle zusammen von diesem Battletower-Boss gerackt. Sieht man vielleicht im Chat. Und jetzt laufen wir hier gerade wieder rüber, weiß ich zumindest. Hier schwimmt wahrscheinlich gerade noch. Nee, ich bin wieder drin. Schon? Ich komme gerade hoch. Ach, da hast du ein Boot gecraftet. Ich habe wieder... Die Freezerite-Hose bringt mir gerade so einen kleinen Vorteil. Ich kann hier mich einfach rüber... Ach so, ja, du kannst da jetzt einfach hochlaufen, äh, übers Wasser laufen. Genau. Und, ja, das Giant Sword habe ich gerade von einem Boss gedroppt bekommen. Von einem Boss-Mob. Übelst nice. Ich habe auch noch einen Freezerite-Schwert bekommen, das habe ich dann, ähm... Ich habe einen Iron Big Sword und eine Living Metal Gla-Glave. Also, die können doch schon ganz gute Sachen droppen. Ja, ich kann jetzt auch direkt davon langsam, wie der auch so Schwert. Wenn man sie dann mal getötet hat. So, wo lang jetzt? Oh, da ist der ja noch. Der Fatzke ist gar nicht... Natürlich. Ich dachte, der wäre die Spawn. Ich bin runtergefallen. Alter, man hört den... ...entwickler voll. Also, ich habe irgendwie keine Lust, da hochzugehen. Weil ich weiß, wenn ich 100% sterben werde. Ich mach den jetzt. Alter, der... Der killt mich so easy. Der kassiert. Nee, ich kass vier mehr. Sonst, der hat nicht mehr so viele Leben. Alter, Streifen macht gefühlt. Ich hab... Ich hab... Schnell runter. Ja, warte. Ich bin aufgeklatscht. Ganz toll. Ja, cool. Jetzt bin ich auch in der Stift gespawnt. Ja, das ist das Problem bei der Freezer Ride-Hose. Ui. Okay, ich kippe mich, weil das... Ah, wobei. Ich baue mich einfach nur, ich hab ja Blöcke. Okay, ich hab ein paar Bottles... Ich hab ein paar Magic Essenzen. Für Dings. Stäbe dann. Enchantment Bottles. So. Alter, das ist die Tiefel. Es ist mega geil, wenn der einstürzt. Voll realistisch. Voll realistisch. Ja. Minecraft und Realistik. Nie gehört. Ich hab noch... ...zwei Dias bekommen. Ich hab noch hier rein. Es sieht so aus, als wäre dann Spawn oder sowas, aber sehr interessiert uns mal grad nicht. Ja, was machen wir jetzt? Man könnte noch die Burg vielleicht ausrauben. Ja, lass rein gehen. Ja, ich komm gar nicht. Ein Rüstung ist zwar bald kaputt, aber scheiß drauf. Alter, Freezer Ride-Hose. Geil. Einfach geil. Oh Gott, der Turm ist flutend. Oh Mann, das ist richtig ätzend. Und da bin ich. Freezer Ride for the Wind. Das ist jetzt schon halb kaputt. Das ist jetzt schon mal hoch. Alles in Eis verwandeln erstmal. Heke schon wieder. gut jetzt schon wieder einfach mal hoch oder so also ich bin in der burg okay hier ist schon mal hier sind felder schon mal ja für essen weiß ich habe jetzt ein paar steaks gefunden zum glück denkt hier ist nichts mehr das kann nicht alles gewesen sein man könnte hier noch irgendwo irgendwie nach unten das war ja billow hier sind auch sporen aber ja habe ich gerade schon ja kaputt aber keine kisten oder so hier ist kein hier ist nix fail ja okay dann raus hier wir suchen die nächste kann mich bitte ich bin ich bin hier runtergesprungen soja ich kann ja als wasser springen friezeride hose barbens auf eis aufgeklatscht steige auf jetzt guck mal wo jetzt langlaufen ich denke mal irgendwie so noch da wo es halt noch nicht erkundet haben versuch mal zwei draus zu machen damit ein bisschen mehr platz zum laufen haben ich kann mich so schnell damit fortbewegen wenn ich noch springen würde weil ich durchs eis noch ein boost bekommen Aber dann könnt ihr dir nicht mehr so richtig folgen. Hey, hier ist ein Feuerball. Ja, das ist ein Chunk für die Ero, beziehungsweise ist halt aus dem Tank rausgeflogen. Ich hab nix mehr zu essen gerade. So, drei Hungercoilen, was Neues. Ich hoffe, das schmilzt nicht zu schnell. Schwimmen sowieso ein bisschen schneller. Hast du Lepstrider-Schuh jetzt schon, oder wie ist das? Nein, ich bin einfach schneller dann. Weil wenn ich laufe, dann bin ich voll langsam. Dann spring doch da drauf, dann ist man noch übel schneller. Okay, dann spring ich jetzt auch. Zack, zack. Jetzt hab ich einen Move-Move-Speed, der sich sehen lässt. Ja, ich hab keine Chance. Internal Server Error. Irgendwie krieg ich manchmal Internal Server Error. Macht keinen Sinn, aber es hat's noch. So. Ah, ich kann hier Dings Zombie gleich zumindest essen. Hier ist gar... Oh, da ist ein Schiff. Nice. Also wir machen jetzt erstmal... Ist das ein großes? Nee, ist leider nur ein kleines Piratenschiff. Ich werde es einfach mal alleine ranken. In den kleinen gibt's, glaube ich, nix. Wollen wir mal gucken. Sehen wir jetzt. Irgendwie ist das Eis weg. Also das ist jetzt auf einmal unter Wasser. Gibt's auf jeden Fall mal alle unterschiedlichen Spawner-Arten. Sogar Creeper. Die ist eigentlich ein Witch und so. So, weg damit. Und Creeper-Spawner auch weg. Oh, hier ist nix anscheinend. Schade. Hätte ja sein können. Vielleicht nochmal hier reingucken. Ist da was drin? Ach nee, nur ein Spawner. Enttäuschend. Gut, dann laufen wir einfach mal weiter. Junge, kannst du bitte mal stehen bleiben? Hm? Warum? Weil wir alle hinten sind. Ich nicht. Klautze. Pescher. Naja, ich komme mal eben zurück über das Eis. Ist doch sauer. Alter, über das Eis ist man doch so schnell. Das Eis ist aber nicht oben an der Oberfläche. Doch. Ja. Nein. Bei mir ist es an der Oberfläche. Bei uns ist es hier, warte. Vier Blöcke unter Wasser ungefähr. Fünf. Selbst. Ernsthaft, bei mir ist es, ich kann da genau easy drauflaufen. Ja, das schon. Ja, du bist auch ein Hacker. Auch in der Oberfläche. Jetzt ist es wieder oben. Also es ist immer nur so manchmal oben, manchmal. Guck, jetzt ist es immer so teilweise. Weil bei mir ist es die ganze Zeit nur oben. Sonst, warte auf mich. Nein, Diggi. Warte. Es schmilzt halt manchmal sehr schnell. Das sehe ich. Ja, geil. Ich gucke einfach schon mal, wo noch was ist. Das sieht so komisch aus, wenn sowas mehr einfach so eine Spur führt. Internal Servo Horror. Der kommt irgendwie ziemlich oft gerade. So. Da ist der, kommst du. Oh, was ist das mal wieder getan? Oh, ich glaube da ist noch ein Turm. Ja, da ist ein Turm. Cool. Ja, da ist eine Fliegende Schleiminsel. Ich gehe schon mal die erste. Das ist auch wieder die fliegende Schleiminsel. Die interessiert uns nicht. Wo ist eine fliegende Schleiminsel? Oh, da hat's ich gerade. Alter. Ich bin jetzt gerade mal beim Stift. Melonen. Na gut, jetzt wird es nicht so der Kurssatz. Also die 1.5.2. Mhm. Und? Ich hasse die. Oh, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt sterben. Oh nein, da müssten wir. Ein paar Kilometerchen. Stone Skiff. Ich erinnere mich, wie viel die Damage macht. Warum leist du weiter? Da vorne ist das Schiff. Ich habe das Schiff doch schon kaputt gemacht. Ich habe einfach die Spawner schon abgebrochen. Oh, hier ist nochmal so ein Hipster-Zong, der sich cool fühlt, wenn er Effekte hat. Der hat eine Eisen-Skiff mit Verzauberung gefloppt. Skiff, das ist so ein Fokus. Bist du bei dieser Festung da wieder? Was ist Fokus? Und Schaden, das hat die auch noch. Ja, ich bin jetzt einfach in dieses grüne Ding reingelaufen. Alter, es macht zwölf Schaden. Ist auch stimmig gut. Äh, nicht schlecht, man. Ich bin gebleien der Wärmstaft. Er hat mein... Er hat mein krasses Schwert geklaut. Wie lange läuft die Folge jetzt schon? Zehn Minuten, glaube ich. Guck mal nach. Ja, zehn Minuten, 44. Okay. Fail, alt. Der hat meine... Man hat mein krasses Schwert geklaut. Und das war ich auf einmal unbewaffnet. Hey, du hast... Also, du hast es gedroppt. Nein, er hat es mir weggenommen. Also, er hat es für mich gedroppt, sozusagen. Dann komm mal zurück. Ich möchte hier nicht alleine hochgehen. Ich bin auf dem Weg. Aber ich kann schneller als du jetzt auch nicht mehr laufen inzwischen. Sprint, Jumpen auf Eis ist eigentlich die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit in dieser Version, glaube ich. Auf dem Wasser. Ja, auf dem... Wenn man die Freeze-Ride-Dinge anhat. So, ich liege jetzt so knapp 500 Meter hinten. Ich kann nichts essen. Ne, ich bin gestorbt. Ich komm schon wieder. Der hat mir mein Schwert geklaut, dann konnte ich nichts mehr machen. Ich komm nicht auf den Schalber. Ja, weil mir lädt die Welt auch nicht mehr nach. Ich kann nichts essen und so. Ich bin jetzt geklaut worden. Internal Exception Error. Okay, der hat sich aufgehängt oder sowas. Keine Ahnung, ich guck gleich mal... Also, ich guck jetzt mal nach, was der gemacht hat. Wahrscheinlich... Irgendwie... Moved wrongly. Ne, ich guck jetzt einfach so mal nach. So... Cartridge-Server steht bei mir. Ja, ich guck grad. Ähm... Werkzeuge... Echtzeit-Server-Konsole... Ähm... Die Server-Jar hat sich aufgehängt. Das war nicht mal der Server selbst, sondern die Jar. Also, Minecraft hat den Server gecrasht, sozusagen. Weil sich selbst aufgehängt hat. Also, Minecraft hat seinen eigenen Server... Ja. So eben geschafft. Machst du dann hier einen Cut? Machst du dann hier einen Cut? Ne, das dauert nicht so lange, den zu restarten. Ich meine aber, dass die Leute nicht gelangweilt werden, so sagen, ja... Das ist nicht langweilig. Wir streiten diese Machen. Was? Muss jetzt eh machen, weil ich rumgelabert habe. Warum? Ich hab dumme Scheiße gelabert. Ja, und? Warum soll ich das wegkarten? Da muss bestehen sein Kanal. Da muss scheiße labern. Ach so, stimmt. Stimmt, okay. Daraus besteht eigentlich... In jeder YouTube, warum man alle? Naja, es gibt auch Menschen... Naja, Löw-Leute ist eine Ausnahme, würde ich sagen. Ja, okay. Country-Server, mh? Äh, Ellingen... Ja, die Mods laden gerade durch. Also doch, Cut. Nö, nö, das dauert jetzt auch nicht. Jetzt lohnt es sich auch nicht, mehr einen Cut zu setzen. Joka, du fängst selber vorne an, du kannst... Oh, stimmt, die Rot... Ich seh grad hier in der Serverkonsole. Loading Rottenflash-to-Leather-Mod. Das ist die... Das einzige, was die... Du kannst... Rottenflash-to-Leather-Mod. Okay, ich könnte schon wieder drauf. Könnte halt noch ein bisschen Schadprobleme haben, sozusagen. Ich kann auch wieder drauf. Endlich ist dieses Drecks-Teil... Drecks-Item auch mal sowas gut. Naja, zum Hundepaar ist auch in Ordnung. Ja, okay. Achso, warte, ihr seid gestorben, oder? Ich nur, weil mir mein Schwert weggenommen wurde. Meine Mama hat mir mein Schwert weggenommen. Was? Bist du blöd? Nein, noch nicht ganz, aber nah dran. Ich glaub, ich seh den Turm. Ja. Da ist... Hm, Elijah. Richtig, komm, 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 schnell! Ich werde das wieder beim Piratenschiff. Save my sword, please. Save my sword. Ich muss das nicht machen. Ich muss das mit der Iron Skid auskommen. Die macht nur 14 und nicht 17. Ja, ich... Hä, du hast... Ich hab gedacht, das ist Kipendenturian. Das ja auch. Aber der hat jetzt... Schwert wegge... Das Schwert wurde mir mal vom Zombie weggezogen. Nein, das Schwert wurde mir mal vom Zombie weggeworfen. Ne, weggezogen. Das kennen die teilweise. Ja, ich weiß. Hey, da ist ja noch ein Turm. Ja, haben sie... Meins haben sie auch weggezogen. Ich bin tot. Das dauert ewig, bis man da hinwegt. Wollen wir es vielleicht lassen erst mal? Nö, jetzt will ich mein Schwert... Ich will mein Schwert wieder haben. Danach gehen wir da raus. Ich will auch mein Schwert wieder haben. Ja, ich versuch's zu save. Ja, was ist denn hier? Holt mein Schwert! Mein Schwert ist schon wieder weg! Ich baue... Ich baue... Ich baue... Okay, ich hab alles. Ich hab alles. Hilf mir! Ken, hilf mir! Jaha! Mann! Jaha, Mann! Hab ich dich gehauen? Wir kommen hier nicht raus, wenn du nämlich reinläufst. Nein, mein Schwert! Mein Schwert! Ja. Oh, jetzt hab ich dich auch nochmal gehauen. Geh... Geh mal wieder aus dem Spinnweben. Oh, er hängt selber in seinen eigenen Spinnweben. Hau drauf! Geh doch aus mir raus! Geh doch aus mir raus! Jetzt hat er mein Schwert auch noch! Bin ich doch schon denk! Hau drauf! Zombie of Darkness! Geh doch aus mir raus! Geh doch aus! Egalisch! Ich fau mal hier so ein kleiner Hütter! Ich habe noch 3 Herzen! Ich sehe nicht wie viele leben der noch hat! Nein, schon wieder! Ich hab das Freezenrights-Wort weg kaputt gehauen! haben wir ihn? Nein, ich hab ihn. Ne, hast du nicht? Ah ne, doch. Das war der andere. Jetzt haben wir ihn. Hast du den Shit gedroppt? Alter. Was ein Blutwasser kam. Ja, ein Iron-Bow, ein Reinforced-Bow. Oh, der ist Blut auf dem Boden. Ey, mein Schwert, wo ist mein Schwert? Habt ihr mein Schwert? Nein, ich hab auch kein Schwert mehr gerade. Wo kam der denn? Von oben, hinter dir. Hä? Die kommen durch die Löcher runtergelegt. Die Zombies sind ja ganz easy, aber wenn die Boss-Zombies kommen... Schon wieder mein Schwert... Ne, ich hab das Schwert kaputtgekloppt. Reinforced Bow mit Power 1, der sollte reinhauen. Alter, mein Iron-Bick-Sword ist auch bald kaputt. Ja, aber mein... mein Big-Sword. Alter, 10 Damage. Oh nein, da ist nochmal so eine Spinne. Geh weg. Geh weg! Geh doch mal aus mir raus! Die Junge! Bin ich doch! Hä, ich kann die nicht töten? Warum kann ich die nicht hauen? Ich will die zerstören! Ich will die zerstören! Okay, ich bohr schon jetzt einfach mit den Däumen. Du sollst nicht schummeln! Hä? Warum? Ich wollte nur gucken, wie das funktioniert! Ich hab am Anfang gesagt, bevor wir aufgenommen haben von der ersten Folge, macht bitte den Cheap-Mode aus! Und wie bitte? Da ist eine Einstellung! Oh, hier ist mein Big-Sword! Da hat die Spinne gekillt! Ich baue hier eben alle Sachen ab! Oh, ich hab endlich noch ein zweites Schild für euch! Wir hatten eine Diamantspitzsacke gedroppt! What the fuck, was ist das? Ich hab mich verarscht! Du musst auf E und dann ist da so ein Button, der heißt Option! Hbng. 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 Was ist Hbng? Keine Ahnung... Keine Ahnung! Keine Ahnung! Das ist wahrscheinlich noch nicht wie eine Waffe... Nein! Das ist ein Typ! Na, das ist dann wahrscheinlich irgends so ein Guiding... den besten Reif! Greift der dich an. Ich hab kein 1. Zeig im Feil! Nein, der tut nur weil er mich angreifen... Okay... Das ist ja gut. Alter, wir sind schon blöd wie keine Ahnung mehr. das war Absicht das war noch mal ein kleines glaube ich den Weg ja du kennst man bei der Miku denn die Welt ist jetzt ganz einfach der Stiftung auch richtig geworfen auf der Glocke ich kämpfe an der Schaufel Ja. Eisen-Chestplate für euch. Nochmal 8 Ender-Paradocs. Und ein Stück weg tiefer. Oh ne, meine Freezer-Ride. Oh, meine Freezer-Ride ist kaputt. Ach Scheiße. Wie soll ich den Cheat-Mode jetzt ausmachen? Unten links, wenn du auf E gedrückt hast, ist unten links ein Button, der heißt Option. Und dann oben rechts steht Cheat-Mode und da musst du draufklicken, dann wird das zu Wrestling-Mode. Alter, für Smite geht es bei den Monstern ziemlich gut ab, muss ich sagen. Oh, dann bei Spinn. So, ich bin gleich Level 30. Wobei man noch richtig viele Level braucht hier. Es ist ja die alte Version zum Enchanten. Wo du für Enchantments auf Level 30 alle deine Level verlierst. 5 Dias, Enchantment-Bordels, Magic Essence, das ist wichtig. Was essen. Das ist jetzt schon der letzte Layer. So, schnell abbauen. Alter, die machen schon nicht schlecht Schaden. Oh, ein Leder. Bitte lass es nicht der vor... Ne, es ist noch ein Leder. Dias, Enchantment-Sens. Da vorne ist ein Adler. Oh, Windgranaten und so. Die Blöcke kann ich mal wegtun, glaube ich. Aua. Komm, wir lassen erstmal das Hexenhaus nehmen, als Unterschlupf. Und dann bauen wir, wir wollen ja was richtig geiles. Ja, ich mach noch so lang, wie ich gegen den Boss sterbe dann, ne? Ja. Das ist jetzt der letzte Layer. Hier die Truhe nicht öffnen. Ganz leider da hochsneaken, ich will die Truhe haben. Ich will unbedingt die Truhe haben. Ich versuche mich von außen dran zu bauen. Hoffentlich checkt der Typ nicht, dass ich hier bin. Okay, vorher noch. Seid ihr noch im Turm? Ich schon. Ich schon lange nicht mehr. Ich bin noch gestorben. Nein, ich wollte ihn pranken. It's a prank, it's a prank! Ah, ich bin nicht gestorben. So Mist. Ach, Mann. Jetzt wütet der da oben rum, er kann die Truhe nicht mehr looten. Naja. Kann ich wieder... Jetzt muss ich wieder hochlaufen, mich zu töten. Oder töten zu lassen. Jetzt schnell mal wieder hochlaufen. So langweilig. Hast du bist gestorben? Nee, noch nicht. Oh, Endermänner werden hier in der Luft... Noch nicht. ...gepistet. Ja, ich geh jetzt wieder hoch zum Boss und der soll mich zerficken. Ja, ich hör den von da oben ein bisschen auspisten. Hm. Du hast halt ihn vorbei gelaufen einfach. Echt? Ja. Greif an! 50 Leben nur noch. Was? Nur? Ich hab ihn. Ja, bist du. Alter, ich hab ihn ja is geklatscht. Was war seitdem denn jetzt kaputt? Ja, was hat der gedrofft? Nicht besonderes. Raus hier. Ja. Uah! Raus! Juhu! Und zum nächsten. Stimmt, da drüben ist direkt wieder einer, gell? Ja. Wie lange geht? Die Folge. Oder holt ihr? Boost. Kann ich nicht mehr boosten. Warum? Weil ich nicht mehr rankomme. Ja. Ich hab keinen Fall. Oh. Schnedel. Oh, was ist denn jetzt schon wieder kaputt gegangen? Ich guck mal, wie lange die Folge geht. Wir sind bei 23 Minuten. Okay. Dann beende ich die Folge jetzt mal, bevor wir in den Turm reingehen. Vielleicht sieht man uns auch gar nicht in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.